GoodNotes zählt zu den beliebtesten Apps für digitale Notizen auf dem iPad. Ich selbst nutze die App schon seit über vier Jahren und habe damit meinem Zettelchaos den Kampf angesagt. Doch im August 2023 kam eine neue Version heraus, nämlich GoodNotes 6. Und damit ist GoodNotes nicht mehr nur für Apple-Produkte verfügbar, sondern auch für Windows und Android. Zudem verspricht die App einige Änderungen und Erneuerungen. Wer GoodNotes 5 damals gekauft hat, kann das auch weiter nutzen, doch für GoodNotes 6 bräuchte es eine neue Lizenz. Ob sich dieses Upgrade lohnt, das verrate ich dir in diesem Video. Starten wir mit den neuen Preisen und Lizenzen. GoodNotes 5 gab es damals ausschließlich zum Kaufen und kostete knapp 10 Euro. GoodNotes 6 gibt es nun wahlweise als Abo oder auch weiterhin als Kauf. Der Kaufpreis beträgt 39 Euro und das Abo kostet je nach Betriebssystem zwischen 7 und 9 Euro jährlich. Wichtig ist jedoch, dass der Kauf ausschließlich für Apple-Produkte möglich ist. Wer die App mit den Windows- oder Android-Geräten nutzen möchte, muss ein Abo abschließen. Wer GoodNotes 5 bereits gekauft hat, bekommt auch zum Trost einen kleinen Rabatt. Der orientiert sich daran, je nachdem wann du GoodNotes 5 gekauft hast. GoodNotes 6 mit einem neuen Design. Das N wurde klein, das Icon angepasst. Insgesamt ist das Design von GoodNotes 6 etwas verspielter und stilisierter. Für meinen Vergleich von GoodNotes 5 vs. GoodNotes 6 habe ich hier zwei baugleiche iPad Pro 12,9 Zoll der vierten Generation. Es ist das aktuellste Betriebssystem installiert und die jeweilig aktuellste GoodNotes-Version. Die gewohnte Ordner-Logik bleibt gleich. Jedoch können die Ordner nun in neun verschiedenen Farben eingestellt werden. Das wünschte sich die Community ja schon länger. Allerdings schade, dass man hier weiterhin auf nur neun Farben beschränkt ist. Auch ein paar wenige Icons stehen nur zur Auswahl. So können die Ordner schneller ohne Lesen identifiziert werden. Statt dem Register unten mittig finden wir nun die Menüpunkte in einem Off-Canvas-Menü oben links. Neue Dateien können wie gewohnt durch das Plus erstellt bzw. hinzugefügt werden. Lediglich das Menü hat ein paar optische Unterschiede durch einen zusätzlichen Hintergrundrahmen. Neue Notizbuch-Einstellmöglichkeiten Erstellen wir nun ein neues Notizbuch. Hier können wir weiterhin den Umschlag und das Papier getrennt voneinander einstellen. Die Einstellmöglichkeiten befinden sich nun rechts unter dem Titel und das finde ich sehr gut gelöst. Größenvorlagen stehen weiterhin die Bekannten zur Verfügung. Allerdings neu hinzugekommen ist, dass man sich nun auch eine eigene Papiergröße definieren kann. Auch gibt es mehr als nur drei Hintergrundfarben. Es kann inzwischen jede beliebige Farbe ausgewählt werden. Die Vorlagen sind weiterhin kategorisiert und pro Kategorien gibt es auch bereits ein paar Standardvorlagen. Man kann nun auch thematisch passend seine eigenen Vorlagen importieren. Leiderhin fehlen weiterhin detaillierte Papiereinstellungen wie Rastergrößen oder Linienabstände. Ich denke, das wird auch weiterhin nicht kommen, da man solche Vorlagen ja käuflich erwerben kann. Apropos käuflich erwerben, der Marktplatz hat nun eine volle Integration und ist nicht mehr nur in einem kleinen Pop-up-Fenster. Es gibt allerlei Zusätze zu erwerben, seien es Sticker, Umschläge oder Papiervorlagen. Für Premium-Abonnenten gibt es auch immer wieder ein paar kostenfrei Produkte. Das Ganze fällt noch etwas spärlich aus, jedoch wirbt GoodNotes damit, das Angebot stetig zu erweitern. Wer gerne mal Vorlagen, Planer oder Sticker kauft, spart sich durch den Marktplatz natürlich einige Schritte. Unabhängig von Etsy und Co. kann man so die Produkte erwerben und sich auf jeden Fall sicher sein, dass sie mit GoodNotes kompatibel sind. Auch muss man sie nicht extern herunterladen, erst auf das iPad ziehen, importieren etc. Ob die Plattform allerdings jetzt unterstützenswert ist und lukrativ ist für die VerkäuferInnen, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich keine Einblicke in Gebühren oder ähnliches. Unpraktisch im User Interface finde ich, dass wir durch den Wechsel auf den Marktplatz das Erstellen des Notizbuches von vorne anfangen müssen. Ich kann nicht verstehen, warum man nicht mit einem Zwischenentwurf arbeitet oder den Marktplatz an der Stelle nicht platziert. So, das Notizbuch ist erstellt, also bearbeiten wir nun das Dokument. Gewohnte Funktionen sind alle weiterhin vorhanden. Auch die Logik der Werkzeugleiste bleibt gleich. Hier sieht man aber nochmal schön das neu verspielte Design, denn die Tools sind stilisierter und weniger zierlich. Die Vor- und Zurück-Taste befindet sich nun links. Ich weiß nicht, ob es Gewohnheit ist, da ich doch eher mit der Geste arbeite, aber für die einhändige Benutzung finde ich es an der Stelle irgendwie unpraktisch. Die Audioaufzeichnung und die Tastatur für das gesamte Schreibdokument, das befindet sich nun in der Mitte. Auch hier kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das Mikro in der Mitte ist, die Aufnahme selbst dann aber links. Ganz nervig finde ich nun die Lupe. Diese war vorher links, wo jetzt eben vor und zurück ist. Jetzt ist sie eingereiht in die Tools. Hier muss man nun manchmal hin und her scrollen, da es mehr Tools sind, als die Spalte breit ist. Das finde ich im tagtäglichen Einsatz wirklich nervig, da ich das Tool doch sehr oft verwende. Hinzu gekommen ist ein Lineal. Das Besondere an diesem Lineal ist, dass es sogar Maßstabs getreu ist. Allerdings ist das karierte Blatt weiterhin nicht nach der Norm. Im Übrigen, falls du dich gerade wunderst, was mein Stift für einen komischen Aufsatz hat. Das ist der Pencil Grip von Paperlike. Ich finde langes Schreiben mit dem Apple Pencil manchmal etwas unangenehm. Ich verkrampfe oder es wird ein bisschen schwitzig. Mit dem Grip ist das Ganze ergonomischer und angenehmer. Ich habe dir das Produkt mal hier verlinkt und natürlich auch in die Videobeschreibung gepackt. Verlinkungen gehen nun nicht mehr nur an Webseiten, sondern auch innerhalb des Dokumentes. So kann man nun eigene Inhaltsverzeichnisse problemlos erstellen. Auch ein langersehntes Feature hat es endlich in die App geschafft, eine Pipette bei der Farbauswahl. Für den Stift gibt es auch neue Funktionen, Stiftgesen und Rechtschreiberkennung. Das Kritzeln fand ich am Anfang eine super Idee, doch inzwischen habe ich die Funktion meistens aus. Denn ich male auch oft und dabei passiert es, dass GoodNotes das als Kritzeln und somit als Löschen erkennt. Das Umkreisen statt Lasso dachte ich wäre auch gut. Aber ich finde das Umkreisen, Antippen und Verschieben dauert viel länger als das Lasso-Tool auszuwählen. Zumal es im Lasso-Tool auch viel detailliertere Einstellungen gibt. Bei der Rechtschreibprüfung prüft GoodNotes auch handschriftliche Rechtschreibfehler und korrigiert diese auf Wunsch in einer KI-generierten schriftähnlichen Schrift. Fand ich anfangs auch klasse, habe ich nun aber auch meistens deaktiviert, da ich doch des Öfteren unsauber schreibe oder Abkürzungen verwende und dann ist das ganze Blatt gefühlt rot unterstrichen. Klar, man kann eigene Wörter in den Einstellungen hinterlegen, doch im Alltag nutze ich es tatsächlich einfach nicht. GoodNotes steigt damit ziemlich stark in die KI-Schiene ein und so gibt es auch weitere interaktive Prüfungsvorbereitungen mit einem AI-Assistance. Als absoluter Mathe-Noob habe ich das bisher nicht getestet. Auch in der Textbearbeitung gibt es neue KI-Funktionen und zwar eine Schreibunterstützung. Ich denke, da ist in Zukunft einiges möglich. Ich persönlich nutze da eher außerhalb, wenn den Klassiker Chat-GPT und daher habe ich das Tool nicht wirklich im Einsatz. Drei Monate Nutzung, meine persönlichen Erfahrungen und meine persönliche Meinung. Technisch betrachtet kann ich verstehen, dass GoodNotes für die Erweiterung um zwei Betriebssysteme eine neue Version herausgebracht hat. Das ist in der Entwicklung eine Umstellung und ein großer Mehraufwand. Funktionen wie das Lineal oder die Pipette, die neu hinzugekommen sind, die waren schon längst überfällig und die liebe ich auch. Andererseits finde ich, dass solche Kleinigkeiten eigentlich noch unter hätten 5 dabei sein müssen. Und das ist schon eine geschickte Masche, so die Leute nun zum Upgrade zu bringen. Weitere Funktionen wie das Kritzeln, die Rechtschreibprüfung, die AI-Lernassistenz, das sind bestimmt super Erneuerungen. Ich persönlich finde da keine Nutzung im Alltag damit. Preislich finde ich aber 10 Euro im Jahr weiterhin einen absolut wehren Preis für den Leistungsumfang. Und dass man mit einem einmaligen Kauf von 10 Euro vor 5 Jahren ein ganzes Unternehmen irgendwann nicht mehr gestemmt bekommt, finde ich auch irgendwie logisch. Wer neu mit dieser App anfangen möchte, wird mit GoodNotes definitiv eine absolut umfangreiche App erhalten, zu einem fairen Preis. Und das würde ich auch weiterhin so empfehlen. Kritik gibt es von mir aber weiterhin für den Umgang mit bestehenden Usern und dessen Umstieg von 5 auf 6. Das war wirklich keine Glanzleistung. Alles in allem muss ich aber sagen, auch nach Tests und Vergleiche anderer Notizbuch-Apps, ich würde deswegen trotzdem nicht auf eine andere wechseln. Aber schauen wir mal, was GoodNotes aus der Version 6 noch macht. Es kommen laufend neue Updates hinzu. Alleine zwischen dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Video aufgenommen habe und jetzt schneide, ist schon wieder ein Upgrade rausgekommen mit einem gestrichelten und einer gepunkteten Linie beim Stiftwerkzeug. Von daher, ich habe leider keine eindeutige Aussage. Ich werde jetzt GoodNotes 6 für ein Jahr weiterhin testen. Ich gehe auch davon aus, dass ich nicht auf 5 mehr downgrade, ob es sich aber für dich persönlich lohnt. Ich hoffe, mit den Funktionen, die ich dir vorgestellt habe, kannst du das ein bisschen besser einschätzen. Letzten Endes, es gibt eine kostenlose Testversion. Ich denke, die wird sich lohnen und du kannst ja jederzeit wieder zu 5 zurückgehen. Vielen Dank, dass du dich zugesehen hast und bis zum nächsten Mal.